Das harte Leben einer Ameise Wusstest du schon, dass Ameisen winzige, unfassbar starke Überlebenskünstler sind? Lass uns in die Welt der Ameisen eintauchen. Diese kleinen Wunderwesen können bis zum 50-fachen ihres Körpergewichts heben. Stell dir vor, du hebst ein Auto hoch. Sie sind Teamarbeit-Spezialisten und leben in Kolonien mit tausenden von Kumpels. Das ist wie ein ganzes Konzert voller Freunde, die zusammenarbeiten. Ameisen haben auch super Überlebensfähigkeiten. Sie können mit ihren Körpern Brücken bauen und manche können sogar schwimmen. Außerdem gibt es sie schon seit dem Zeitalter der Dinosaurier. Da sprechen wir von uralten Kriegern. Aber das Leben besteht nicht nur aus Spaß und Spielen. Ameisen stehen jeden Tag vor Herausforderungen, von der Nahrungssuche bis zur Verteidigung ihrer Nester. Und jetzt kommt's? Manche Ameisen betreiben sogar Landwirtschaft. Sie züchten sogar Pilze als Nahrung. Wenn du also das nächste Mal eine Ameise siehst, denk daran. Du schaust auf einen winzigen, robusten Überlebenskünstler, der mit Fähigkeiten ausgestattet ist, die Superhelden neidisch machen würden. Ameisen, die ultimativen Überwinder in der winzigen Welt. Danke fürs Zuschauen. Lass ein, gefällt mir da, wenn du heute etwas Cooles gelernt hast.